Flach, zurück, einfach, vorne, super! Mach doch mal das! Mann, 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 Mann. Ja, das ist gut. So, komm schon! Jaaa! So, Sniki! Komm, zwei Punkte! Komm mal weiter! Auch hier sagen wir zunächst Dankeschön an beide Boxer, an den Pascal Stern und den Niklas Strelow für dieses erste Finale. Und hier das Urteil des Kampfgerichtes, Gewichtsklasse 42 Kilogramm. Punktsieger und damit Deutscher Meister, Rote Ecke, Pascal Stern. Und Dankeschön sagen wir an den Vizemeister Niklas Strelow. Und ein Hinweis, die Siegerehrung findet nach dem nächsten Kampf statt, das heißt also immer ein Kampf zeitversetzt. Dankeschön! Applaus Ich darf Ihnen das machen!